Hallo zusammen, mein Name ist Thiago Gambino. Ich mache momentan die Lehre als Sanitainstallateur EFZ. Ich mache die Lehre hier beim Sanitair Wirt in St. Fide, St. Gallen. Und ihr dürft mich heute begleiten auf meinen Arbeitstag auf der Baustelle. Als Sanitainstallateur ist die erste Aufgabe Wasserleitungen und die Wasserleitungen in der Werkstatt vorbereiten und später auf der Baustelle nach Plan in den Betondeckel verlegen. In der zweiten Phase kommt man zur Rohmontage. Dort stellt man als erstes die Vorwände und später die Elemente ein, z.B. WC oder Wüstisch. Später kommt man zur Verrohrung von sämtlichen Installationen. In der dritten Phase kommt man zur Apparatemontage. Nach Apparatenliste werden wir Sanitainstallateur sämtliche Apparate montieren und in Betrieb nehmen. Ich mache meine Lehre als Sanitainstallateur bei der Sanitair Wirt AG, weil es erstens ein Familienbetrieb ist, weil wir hier sehr junge Monteure haben, von klein bis zu Grossbaustellen haben, das heisst Umbauten, Wohnungsbauten und Industrien, und wir sehr kollegial miteinander umgehen. Heute haben wir einen Eindruck bekommen von den Hauptarbeiten von einem Sanitainstallateur und dem Sanitair Wirt. und wir würden sich sehr gerne freuen, wenn ihr hier angesprochen habt, dass ihr eine Bewerbung hierher schickt. Achtung zu sein und bleiben.